Die Fortuna hat sich immer mit einem Freund gegen Jürgen. Wir haben früher schon gesagt, wir müssen uns entfangen. Sie haben gestern gesagt, dass wir in der Stadtkustik unter 2-3. Das hat uns interessiert, aber wir haben ein kleiner Punkt. Und dieser Moment, der kann auch noch wichtig sein. Der Tag, der die Tore eingespielt, kann man nicht sein. Das ist ein Beispiel. Wir schauen mal auf die Jürgen-Serie der Spieler. Hier sind Sie die Wegwege in dieser Parallelgegebung. Sie haben seit dem Ziel von Stadt verlieren. Sie haben heute ein Kontinger 0-1 von Deutschland 4. Sie sind 2-2. Sie sind glaube ich. Sie sind 1898. Sie sind 2-2. Und dann müssen wir auf die Tabelle der Tore hoch. Sie sind 3-2. Und dann werden wir eine Karlsruhegebung knedt mit den Gästen zu stellen. Dann sollten wir nach WÓF-Jeder zusammen einige Zeitung kommen.